Guten Tag zusammen und herzlich willkommen zurück in der Makrowelt. Heute ist der 2. Juli 2023 und wir springen wieder zurück an die Frontlinie zwischen der Russischen Föderation und der Ukraine. Zum Wochenabschluss starten wir wieder im Süden an der Dnipro-Frontlinie. Auch heute sprechen einige russische Militärblogger davon, dass die Ukraine vollständig von der Ostseite des Dnipro-Flusses verdrängt wurde und damit den Brückenkopf verloren hat. Das behauptet heute sogar das russische Verteidigungsministerium in einem offiziellen Bericht. Nachdem ich die aktuelle Situation dort überprüft habe, musste ich feststellen, dass diese Information nicht der Realität entspricht. Die Ukraine hält weiter Positionen in den Dachias, auch in der Nähe der Antonovsky-Brücke. Sogar russische Militärblogger hatten das Ganze eingesehen, nachdem sie zuvor das Gegenteil geberichtet hatten. Laut ihnen werden weiter von einigen höher gestellten Militärs Informationen von der Frontlinie geschönt und so an das russische Verteidigungsministerium übermittelt. Das Ganze mit dem Ziel eines beruflichen Aufstiegs. Zum heutigen Tag bleibt es an diesem Abschnitt weitestgehend ruhig. In der vergangenen Nacht sowie den gesamten Tag über wurde nicht gekämpft. Lediglich ab 19 Uhr wurden beide Seiten wohl wieder aktiver. Wobei vor allem die russische Seite in Richtung der Dachias angreift. Die Artillerie ist auf beiden Seiten aktiv, vor allem aber auf der russischen Seite, so berichten ukrainische Militärs von diesem Abschnitt. Wesentliche Veränderungen wurden nicht registriert. Damit verlassen wir diesen Abschnitt in Richtung des Abschnitts südlich von Cherson, nördlich von Holopristain. Dort konnten beide Seiten die vor der Überflutung gehaltenen Positionen wiederherstellen. Auf der russischen Seite betrifft das die Patschomkin-Insel, die wir hier vollumfänglich sehen können. Die Russen konnten die Positionen südlich des Konka-Flusses wiederherstellen und kontrollieren damit den vollständigen Bereich südlich des Flusses. Das war im Prinzip auch der letzte Stand vor dem Zwischenfall am Kachowka-Staudamm. Auf der anderen Seite kann die Ukraine nun vollumfänglich die Kruglik-Insel kontrollieren. Diese Insel können wir ebenfalls hier vollumfänglich sehen. Das ist hier dieser Abschnitt. Diese Insel wurde ebenfalls von der Ukraine in den vergangenen Tagen vollständig eingenommen. Kämpfe wurden aber weder auf der Kruglik-Insel noch auf der Patschomkin-Insel registriert. Russische Militärs beschreiben inzwischen die Situation nördlich von Holopristain als angespannt, aber stabil und unter Kontrolle. Ansonsten kommt es an diesem Abschnitt weiter zu Artillerieduellen. Wie gesagt, verstärkt weiter Interregion Cherson, vereinzelt aber auch weiter am Abschnitt Kachowka und Korsatzke. Damit verlassen wir diesen Abschnitt und springen in Richtung der Zaporizhia-Frontlinie. Laut russischen Militärbloggern unternahm die Ukraine in der vergangenen Nacht einige Angriffsversuche an der linken Straßenseite der Straßenverbindung Orichov-Dokmak. Wenn wir reinzoomen, sehen wir hier diese Straße in gelb markiert. Anscheinend versuchten einige kleine Gruppen, sich nach dem Beschuss der russischen Stellungen mit Panzern nach vorne zu bewegen. Ihnen gelang es wohl 300 Meter in Richtung Robodine, beziehungsweise westlich von Robodine fortzurücken, wobei die russische Seite daraufhin etwa 150 Meter zurückerobern konnte. Es wird weiter gekämpft. Das ist der letzte Stand, den wir haben. Ein anderer russischer Militärangehöriger sprach heute von einem ernstzunehmenden ukrainischen Angriff in der Region Orichov. Angeblich konnte die Ukraine eine russische Verteidigungslinie erreichen. Dort sei es zu Gefechten gekommen. Diese Information kam um etwa 14 Uhr. Seitdem gab es keine Updates. Die russische Seite hatte an diesem Abschnitt nochmals Reserven verlegt, da ein großer ukrainischer Angriff erwartet wird. Das Ganze hatten wir in den letzten Tagen schon ausführlich besprochen. Ein paar Kilometer weiter östlich sehen wir Bewegung auf beiden Seiten. Die russische Seite konnte das Dorf Nowobagrovka wieder vollumfänglich einnehmen und kontrolliert zum heutigen Tag das Dorf vollständig. Bis gestern verlief die Frontlinie in etwa entlang dieser blauen Linie. Nun wissen wir, dass die Russen diesen Bereich ebenfalls kontrollieren und damit eben die volle Kontrolle über das Dorf Nowobagrovka haben. Was das Dorf Lohivsky betrifft, so konnte die Ukraine nun im westlichen Teil des Dorfes neue Positionen einnehmen und sich dort festigen. Bis der gestrige Stand war, dass die Ukraine lediglich an den Waldstrichen hier nordwestlich der Siedlung Positionen hält. Nun gelang es ihnen hier, sich im westlichen Teil festzusetzen und aktuell werden Kämpfe um das Dorf geführt. Was dort der aktuelle Zustand ist, ist unklar. Ich überprüfe das Ganze weiterhin. Erstmal verbleibt der größte Teil des Dorfes in der grauen Zone. Sofern sich dort etwas ändern sollte, werde ich morgen darauf eingehen. Am Abschnitt Lobgover-Bertrachatke bleibt es weitestgehend ruhig. Ansonsten kommt es weiter zu intensiven Artillerieduellen, wobei die russische Seite hier die erhöhte Aktivität der ukrainischen Artillerie hervorhebt. Ein russischer Militärblogger behauptet, dass nach der Analyse aller ihm eingehenden Daten die Ukraine am Abschnitt Orychow-Bolochi bis zu 40 Bataillone konzentriert. Umgerechnet können das bis zu 40.000 Mann sein. Das Ziel sei ein Durchbruch in Richtung der Stadt Dokmak, die sich hier südlich von Orychow befindet. Zudem erwartete in der Region der Stadt Enerchodar ebenfalls einen ukrainischen Angriff, mit dem Ziel, hier das Kernkraftwerk Saporizia einzunehmen. Was das Thema des Kernkraftwerks betrifft, dort beschuldigen sich aktuell beide Seiten gegenseitig eines geplanten Terrorakts auf dem Gelände des Atomkraftwerks. Es kann gut sein, dass gerade wegen der ukrainischen Absicht dort anzugreifen, das Thema aktuell hochgewirbelt wird. Ich beobachte das Ganze weiterhin genau und werde, falls dort etwas geschieht, natürlich darüber berichten. Ansonsten kommt es an der Saporizia-Frontlinie heute zu keinen weiteren Veränderungen. Damit springen wir in Richtung der Donetsk-Frontlinie, starten hier wieder in der Region Volkana-Vasilka. Hier sehen wir weiter russische Gegenangriffe in Richtung Rivennopil. Diese bleiben erstmal erfolglos. Gestern konnten die Russen hier einige Positionen südwestlich von Rivennopil wiederherstellen. Dort kommt es aktuell zu Gefechten. Die Situation hat sich aber zum Zeitpunkt 20 Uhr erstmal nicht verändert. Ansonsten sehen wir hier, wie gesagt, aktuell russische Gegenangriffe von Staromajorski in Richtung Rivennopil, die aber erstmal erfolglos bleiben. Wesentliche Kräfte werden hier weder auf der russischen noch auf der ukrainischen Seite eingesetzt. Die Situation bleibt hier weiter angespannt. Weiter geht es in Richtung des Abschnitts westlich der Stadt Donetsk. Hier beobachten wir weitere Gefechte in den Städten Marienka und südwestlich der Stadt auf Zivka. Dort hat sich zum heutigen Tag nichts im Wesentlichen verändert. Damit werde ich diesen Abschnitt überspringen und zwar in Richtung des Abschnitts Bachmut, wo die ukrainische Seite weiter aktiv ist. Wir erinnern uns, gestern konnte die Ukraine sich entlang des Sivrisky Donetsk Donbasskanals nach vorne bewegen und auch einige Positionen in Richtung Klischivka einnehmen. Heute wissen wir, dass die Ukraine weitere Positionen westlich von Klischivka einnehmen konnte. Das betrifft hier den in Dunkelgelb hervorgehobenen Bereich. Die russische Verteidigungslinie verlief bis gestern noch an diesem Abschnitt. Die Russen wurden damit um etwa 400 bis 500 Meter zurückgeworfen und müssen jetzt hier die letzten Positionen in den Wäldern direkt angrenzend an das Dorf einnehmen. Und wie gesagt, nach den Erfolgen am Kanal sehen wir weite ukrainische Angriffe in Richtung Andrivka an der südlichen Flanke des Dorfes Klischivka. Dort wurden zum heutigen Tag keine Veränderungen registriert, aber auch hier verstärkter Angriffsdruck seitens der ukrainischen Streitkraft. In der Stadt Bachmut beobachten wir wohl am nordwestlichen Teil weitere Kämpfe. Das behauptet heute ein russischer Militärblogger. Er spricht von Kämpfen im nordwestlichen Teil der Stadt Bachmut. Ich habe keine weiteren Informationen, was das betrifft. Überprüfe also aktuell auch die Information. Falls sich dies als wahr herausstellen sollte, werde ich nochmal darauf eingehen. Der letzte Stand war aber, dass die russische Seite vollumfänglich die Stadt Bachmut kontrolliert und dass lediglich der angrenzende Bereich südlich von Jachitne sich in der grauen Zone befindet. Was das Dorf Berchewka betrifft, so kam es hier in der vergangenen Nacht zu schweren Kämpfen. Meiner Information nach hat sich dort nichts verändert. Die Ukraine hatte sich nach dem gestrigen Eindringen in das Dorf wohl nicht festhalten können. Damit verbleibt der Bereich der russischen Verteidigungslinie südlich des Dorfes in der grauen Zone. Die Ukraine konnte hier gestern durchbrechen. Wie gesagt, nachdem man in das Dorf Berchewka eingedrungen ist, wurde man wieder von der russischen Seite zurückgedrängt. Die Situation bleibt hier also im Wesentlichen unverändert. Genaue Informationen gibt es aber aktuell nicht. Es wird weiter intensiv an diesem Abschnitt gekämpft. In der Region Jakovlevka kommt es ebenfalls zu ukrainischen Angriffen. Hier zum heutigen Tag aber ohne wesentliche Veränderungen. Damit werde ich nicht weiter darauf eingehen. Was die nördliche Frontlinie betrifft, so bleibt es auch hier im Allgemeinen weiter ruhig. Seitens der russischen Seite gab es südlich des Dorfes Zybrovo Angriffsversuche im Kremienerwald sowie auch Angriffe in Richtung des Dorfes Dorske. Die ukrainische Streitkraft konnte diese Angriffe alle abwehren und verbleibt hier weiter erstmal in der Defensive. Soviel dann erstmal zu den Geschehnissen an der russisch-ukrainischen Frontlinie zum 2. Juli. Wenn dir diese Zusammenfassung gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Ansonsten gerne den Kanal abonnieren und nicht vergessen auch den Telegram-Kanal zu abonnieren. Der Link dazu befindet sich unten in der Videobeschreibung. Damit hören wir uns dann wie gewohnt morgen Abend wieder. Bis dahin eine wunderschöne Restwoche.